jetzt haben wir uns da irgendwie ineinander vergattert war doch kaputt bruder oh mein gott was ist hier los ist chaotische szenen unbeschädigt chaotische szenen oh nein lol wie kann das sein what the fuck hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde war herrschaft wir spielen die karte kubanspiel modus vorherrschaft verzeiht ich bin schon ein bisschen broken von dem game ja die letzten zwei drei runden haben uns ein bisschen reingefuchst wie es mit dem panzer so ist das ganze bleibt spannend bleibt definitiv spannend so wir werden wieder versuchen zu flankieren nicht direkt reinfahren sondern flankieren hängt damit zusammen dass ich eigentlich nur leichte und mittelsprache panzer mit habe dem zufolge eher schwierig umzusetzen der ganze und jetzt gucken wir uns das ganze mal an bis so läuft gut flankieren ist schon mal denkbar schwierig glaube ich ich denke das wird sehr schwierig werden weil die karte sehr sag mal abgeriegelt ist durch die gebirgszüge außen und herum durch den gebirgszug besser gesagt es knallt schon mal ich werde mich einfach mal hierhin stellen gut meine mates pushen schon alle kräftig rein vielleicht kommen wir ganz auslegen wie lang das wäre schön erobert a ja auf a geht es wahrscheinlich wieder richtig ab einfach nur aber ich werde mich jetzt hier noch nicht auf mädchen einlassen sondern erstmal hier außen rum fahren ist da irgendwo einer ne ich kann ja eigentlich noch keinen gegner ok ich kann jetzt hier gleich so seitlich rein oder hoffe ich zumindest sehe ich da irgendwo ein ne ich sehe keinen gegen die ober b und c fahr doch 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 nicht hoch alla pude unten für deine ok der kommt ziemlich nahe der fährt jetzt da unten lang ok 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 nein jetzt haben wir uns da irgendwie ineinander vergattert war doch kaputt bruder oh mein gott was ist hier los ist chaotische szenen unbeschädigt chaotische szenen oh nein lol wie kann das sein what the fuck der spacken ist doch genauso kacke wie ich oder das ist doch einfach ein bodenloser witz wir drehen uns in einem kreis wie so behinderte mongos einfach in mcp modus komplett lost dahin zweiter noch mein gibt es aufs maul aber sowas von der islam okay dafür dreht der turm richtig schnell schon mal gut das war ja anders frech aber nur das war schon mal wirklich sehr sehr krass und frech da wieder passiert ist gerade so es ist hier los wenn er sie will nicht sie durch mach einfach den 31 auf entspannt hinten ist kein oder nieder ist keiner sehr sehr gut ist das für mich zumindest lol es beim fahrt das ist immer ganz gern war hier quietscht und jallert alles hier oh mein gott einfach nur so denn da habe gerade ich der zeitliche gesegnet da kann da kann nicht sein warum sag mal der eine panzer riebte einfach alles weg oder was ey der hat mich jetzt schon zweimal gekillt ey mein gott aber last 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 hier wirklich das ist der letzte versuch ich fahr jetzt hier noch mal auf die selbe seite es hat so gut ausgesehen es hat so fricking gut ausgesehen sich da noch mal rein jetzt habe ich klar den speed vorteil definitiv den habe ich rank ist auch höher besuchen wir den bre so jetzt aber hier der kleine hier zieht auch mit durch guck es dir an einfach nur guck es dir an ich bin nicht letzter das wundert mich gerade ich habe nicht mal 500 punkte gegeben safe gerade so bruder so bruder der ist wieder dead der ist wieder dead wie kann das sein oh fuck der will mich er will mich er will mich aber anders ja 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 nein er dreht schneller als ich oh fuck it nein oh oh treffer kritischer er lebt immer noch der lebt immer noch guck es ja was das für eine lächerliche szene gerade ist hier und dann bekomme ich den das kiel mich erler lächerlich eine lächerlich wenn du mich fragst aber gut ist so ne kannst nichts machen so hier kommen bomben oh mein gott ich habe eigentlich gar keinen bock auf bomben ich glaube ich wahrscheinlich will nicht hoch mit meinen dicken so du grüne neune so jungs was hier los wir müssen in mehr zu werden sie sind dabei zu den so open filter jetzt geht es ab ich weiß ich werde verlieren aber ich zieh durch was er lächerlich ist doch gar nix hier das sehr toll man weil meine kiste nicht schneller fahr doch mal schneller hoch da jetzt hier so ein da haben wir wieder oberlala oh mein gott dahinten sind ganz viele feindliche panzers ich warte nur bis es irgendwann nach vorne schaut und ich einfach weg vom fenster bin weil ich einfach ganz klassisch auf riep gehe wird eine luftschlag gestartet ja die müsste jetzt immer viel machen die müssen nur noch verteidigen die jungs das der hat mir einfach zweimal den gleichen panzer kaputt geballert ich habe ihn nicht gesehen ich habe ihn von real nicht gesehen tut mir sorry aber gar nichts machen gut war ja wieder eine sportliche panzerrunde was willst du da machen da kannst du nicht viel machen ja ja komm kein bockerler jo das war's mit der runde warfander ich sag danke fürs dabei sein sorry dass es ein bisschen sehr kurz war die runde aber ich muss erst reinfinden wie gesagt es dauert alles noch ein bisschen flugzeug habe ich ja schon mal vor jahren gespielt und panzer eben nicht und ja dann was die käschen Da ist das einsatzbefehl panzer wäre okay alles klar danke das war's Ciao